Alexa, bestelle iPhone 12 128 GB in schwarz. Sofortkauf. Alexa aus. Ich hab extra gewiss, wenn ihr das nicht hört. Hattet mich doch verstanden. Was? Aha, so nämlich. So nämlich, Freunde. So läuft der Rabbit im Rabbit-Style. So nämlich. Da zack, Door. Da haben wir ein Door. Geht Banne, geht Banne. Oh, genau da drauf. Nicht normal. Ne Schmelz. Oh, was ist denn das ein Tor, Lukas? Door. Ist da ein Door. Stark. So geht das nämlich. Nicht so eine ganz schöne Quitschwebe wie bei dir, aber... Oh, der ist ekelhaft. Hab ich, hab ich, hab ich. Was? Oh, saubermal ist. Der war wichtig. Oh. Nein. Alter, der hat den Schaden gemacht. Als wenn der so einen Schaden geben würde. Komm, komm, lande, lande. Na, ich hasse euch. Hast du über Schadu? Schade. Ja, als ob ich war doch als letztes dran. Woh. Oh, da hab ich nicht gerechnet. Ja, lecker mio, ey. Sofort. Komm, geh ins Tor, geh ins Tor, geh ins Tor, geh. Wichtig. Ja, 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 ja. Muss noch mal reagieren, sorry. Wird mich klauen. Ja, 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 ja. Stark, stark von uns drei. Warum ist der Schett so leise? Oh, shit. Ja, Mist. Jaja, Mist. Noch ein bisschen Schaden machen, bevor die das Tor machen. Oh, ich wurde, ich wurde, ich wurde, ich wurde, ich wurde. Oh, shit. Ich bin. Oh, shit. Ich bin. Ja, wieso geht das denn jetzt? Kein Schaden! Ja, weil wir wir sind und nicht die... Ja, genau. Als ob der Nader nochmal dran war, ey! Biber Bullshit! Sehr gut, sehr gut! Nein! Nein! Ich wohne dann danach normale Runde wieder. Ja! Mhm! Stark, Lani! Oh ja, ist noch gekommen! Oh nö! Oh ja! Nimm ich den nicht! Oh, der geht... Einer! ... noch rauf von unserer Seite! Scheiße! Och, unter die komm ich nicht dran! Ah, dann rollt der die Bande runter! Ja, das war klar! Boah, stark, stark, stark! Aber jetzt... Ja! Sehr gut! Nice! Und sogar ein Door! Ja! Gibt's die Apien sogar dahinten? Ein größeres! Wie, die haben keinen Schaden bekommen? Obwohl die den berührt haben? Das ist ja krass! Ah! Okay, ich hab nur was nächstes gesagt! Wieso? Und Lukas, geh nochmal ran, wenn du es schaffst! Oder Daniel? Ja! Ich war dran, aber der Gegner war... So, Tor vergrößert! Ist wichtig! Nicht dran gehen, nicht dran gehen! Ja, ja! Nächster vorbeigesprungen! Extra! Super! Ja, kann ich gut! Hast du super gemacht, Daniel! Jetzt grad... Dum, 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 dum! Aber wir haben auch noch schon ein Tor! Müssen jetzt gut verteidigen und gut Punkte machen! Ja, genau! Oh! Das ist das... Ah, guck mal! Ja... Ich hab mir doch die Eier rund! Er hat's ausgeglichen, ne? Scheiße! Ah, er ist komplett gleich jetzt hier auch! Ja, mein einziger Treffer hat gehitten und gelandet bei denen! Ja, der zieht ja natürlich bei uns in der Hälfte auf, ey! Sehr gut! Ja, der war doch! Ja, der war doch! Ja, bei... Bei denen hätte der gezählt! Ich wollte schon sagen, ey! Wir haben da auch ein Tor! Wichtig! Ja! Alter, als ob das direkt wieder so ein dicker Schaden war! Der ist hier ja gratis gelandet! Ja, genau! Und das ist kein Tippen, oder was? Leck mich doch, Spiel, ey! Ganz ehrlich! Das ist jetzt echt! Wir werden nur noch beschissen! Wollte schon sagen, wer denn jetzt ist... Oh ja! Oh ja! Oh! Oh! Dann krammt der mich, der nächste! Okay, war gut, dass du mich krammt hast! Oh ja! Ja! Und der ist schon wieder derf als letztes dran gewesen, ey! Nice! Schön! Ja! Und der ist direkt wieder ein dicker Schaden, ey! Leck mich! Ist doch deine, ist doch deine, ist doch deine! Nein, war gut, war gut! Den hab ich nicht besser gekriegt! Ja, 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 ja! Ach, fuck! Krieg ich nicht mehr! Alter, Finne, ey! Ah, kannst du mir doch hier wirklich nicht erzählen, ey! Ich mein, ich hab Dropshot vorher nicht schon, nicht wirklich gemocht, ne! Ja, das ist jetzt wirklich eine absolute Frechheit! Auch! Es war bullshitt! Das war wirklich vom Spiel bullshitt! Muntere mich auf Ich bin traurig Also das war jetzt wirklich eben Bullshit Der ist auf dem Boden gelandet Der berührt den, der ist sofort wieder Super, also nicht super schade, sondern Mitte schade und macht direkt alles kaputt Das kannst du ja wirklich keinem erzählen Dabei Daniel, der zippelt dann auch so auf dem Tor Auf dem Boden und das ist natürlich kein Schaden Ist klar Hendro, Hendro Der ist auch mittig gegangen Der war, der war Wie eine richtig krasse Lücke Gewesen Mal wieder auf das Spiel klarkommen jetzt hier Ja, irgendwie schon Wieso fährt sich der Ball nicht? Wieso kriege ich es nicht von alleine Boost? Bin hinten Boah, jetzt mach doch keine Sommenspann hinten Daniel, keine Sommenspann hinten Also Marius, wo bist du eigentlich? Äh, hinten Griffelt oberer Tor Waaah Ja Boah Fick dich doch behoben so Ja, da geht nicht Ja, da geht nicht Ja, da geht nicht Ach, schön Daniel Nice Dank Daniel, gut Mal wieder in Erfolgserieignis hier Ja, gut geschossen, oh shit Gegen den Lauf, gegen die Fahrtrichtung Nicht gegen den Pfosten vor allem auch Gut Okay Oh, ich dachte, ich hätte sich jetzt weggeboostet Ich wusste auch nicht, dass du da bist, ich hab nur gesehen, dass der eine Typ da vor mir ist, aber der ist zum Glück zum Boost gegangen, statt auf dem Ball Richtig dumm Da hab ich dich erst gesehen, boah, das war echt knapp Das war richtig knapp Ich hab in deren Hälfte safe geholfen Boah, guck mal Oh ja, oh yes, 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 oh no Gutes Segen Ach, schön Boah, da war ich nicht dran Geht gehen? Ne, geht Pfosten Ach, scheiße Ne, geht Ach, also, jetzt schön Was sollst du machen? Mach ich gar nicht drauf geachtet Aber dann kam da der Pfosten Der wär stark gewesen Wenn du den vorher abgefangen hättest Sorry, bei einem Traum hab ich den natürlich schon perfekt dann ins Ettor kursiert Aber wahrscheinlich hätt ich ihn rausgehauen Die sind nicht so gut, ne, die Kegner Kommt mir grad auf, mir fand ich zuvor, ja Oder die sind halt auch schon alle, äh, Metallic Blau Oder Green High Ach, scheiße, wir sind so in my, in my back I'm so sorry Nein Ah, konch, konch, ja, mich wischen Ich steh Oh, 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 jetzt geht das Ey, mein, vielen war jetzt 4-0 Boah, Mannengott, Mannengott, Mannengott Ah, schön, Daniel Komm, nochmal Ah, den hat Daniel Schade marius achtung wann passt es zu dir oder auch nicht okay machte dann der marius dann dann in einer Schade Schade Kaveg Was ist denn von mir da? Fekte, Kaveg, 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 Kaveg Ist gut Schade Ah, Schade Ah, Schade Na, Kaveg war Bissin Spitz Schön Oh ja Wie können die bitte drei Torschüsse haben? Können die überhaupt einen Rang haben? Oh War ein bisschen auch in meinen Rücken Ja Hätte da Daniel geil anfliegen kommen müssen, nachdem du den nochmal berührt hattest Nein, du kannst auch offensiv, ne? Hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm Stark Daniel Egal, egal, egal Okay, da seh ich mich Oh! Na gut Hätte ich mich bekommen Hätte ich nicht bekommen Hätte ich nicht bekommen Hätte ich nicht bekommen Hätte ich mich bekommen Ja, kurz mal den Chat Also ich weiß grad Ich hatte mal den Bug, dass mir Nachrichten nicht angezeigt werden Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Bug habe, dass mir die Nachrichten nicht angezeigt werden Oder ob jemand einfach nur nichts abgeht im Chat Wie, wir waren doch voll gut dir Echt mal? Eben, deshalb wundere ich mich halt Dass wir hier kein, kein, keine Ekstase vorher vorgerufen haben Ah, okay, sorry, ich frönte den Minne-Gesang Okay, okay, ne gut, dann weiß ich Bescheid, dass der Chat nicht backt Gattest mich mal, da wollen wir nämlich die ganzen Chat-Nachrichten Irgendwann so, hör, warum antwortest du nicht mehr? Und dann so, ich so Und dann hab ich neu gestartet und dann hab ich wieder mit Antworten können Schöne Geschichte? Schon, wunderschön Richtig gut Habeck, Habeck Habeck Habe ich so erzählt, als ob ihr dabei gewesen werdet, ne? Ja 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 Achso, das war jetzt nicht, äh Jetzt, das war nur eine Geschichte, okay Ja, 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 ja Hörte sich so, so echt an Deswegen hab ich nichts gesagt, weil ich dachte Du warst nicht dabei, Marius Okay Also, es fühlt sich aber an, als wenn ich dabei gewesen wäre Also, es war Ja, ich hab dir halt auch wirklich gut erzählt Das war jetzt wirklich, Flashback, echt das Best Ein, nicht verliebt So, jetzt mal aus der Ecke hier Habt ihr was wichtiges gesagt? Die Lottozahlen von nächsten Samstag oder so? Ähm, ja, leider, ich hab sie wieder vergessen, leider Ja War auf jeden Fall eine Sechs dabei Dann aber ungewiss, ob es die Sechs, Sechs, Sechsundzwanzig oder Sechsunddreißig war Ja Weiß ich nicht mehr Oder doch ein Neun Irgendwas mit Sechs Vielleicht hab ich auch falsch rum gelesen Das kann auch so, vielleicht war es ja auch alle Ah, schade, Daniel Das hätten wir hier wunderschön nicht gespielt Deiner, Marius, ich war neben hinten Okay, den Habeck, den Habeck Wuuuuh Ich bin einfach mal komplett mit dem weißen Parallel gefahren, ey Alter, das war so nicht gewollt, ey Ich bin hinten Ich bin Daniel Ich bin hinten Weg Nae Nicer da ist er Ah Da sehe ich dich Marius Ich übernehme dann auch da hinten Oh, hinst du dann? Woah, ich hab's schon colony ich bin hinten geht nicht ah nein er geht ja gut geht aber nicht aufs tor ich hätte ich fast gerammt das hätte ich schön gefunden mal was du schön gefunden hast gesagt hättest du als schön empfunden was hast du nein hat zu schnell schade er freitag natürlich vom posten genau in die mitte das er dann hinten zur richtung anderen posten in die ecke rausfliegt er ist doch immer so ein bisschen offensiver ne noch nicht bin hinten bin hinten schön da kommt der baster da kommt der baster ich geh drauf ja bin hinten ne oh scheiße ne ah der hat mich gerammt der Hund scheiße jetzt offen sie mein ne ja ne hälfte ist der voll ja genau ach du blödkorb sehr gut, Offensivarbeit, Daniel ah scheiße, da war er vor mir am Ball ja, den noch an die Latze war wirklich schlecht könnte für uns spielen macht er doch gar nicht ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich hab keine Wurst jetzt ein schnelles Tor, wir können es wir können das, wir können das jetzt alles nach vorne in die Mitte ja mann oh mann oh mann oh mann oh mann ey rexister, ich bin der rexister nö, 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 n